Woo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo.- Hi, Jungs. Los, raus da. Ihr kriegt ne Anzeige. Bitte nicht, Gnade. Ich sag's nicht noch mal, raus. Warum zieht ihr euch eure albernen Uniform aus und hopst zu uns ins Wasser? Und ihr sagt, wir sollen viel ins Wasser kommen. Hier ist noch so viel Platz. Was haben die euch eigentlich, dass ihr so viel Spaß verpasst? Na, guck mal, die macht sich da oben frei. Bitte dich, das ist eine riesige Chance. Das ist nicht normal, ihr Lieben. Hey, los, komm, wir sind da dabei. Du tust ihnen nichts, oder? Versprochen. Hallo, Herr Wachmann. Wer sind Sie denn? Ich bin Herr Bernd. Herr Bernd? Was machen Sie denn da oben? Na, aufpassen. Aber das ist normal so. Wirklich? Ja, auf jeden Fall. Total normal. Verrätst du mir deinen Namen? Rate. Chantal. Nuh, nuh. Mandy. Nicole, Steffi, ähm, Isabel. Was denn eigentlich mein Kollege ist? Ist der jetzt schon abgehauen, oder was? Hast du eine Ahnung, wo mein Kollege hin ist? Hey! Nuh, 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 nuh Schalotte! Nein, Schalotte! Schalotte!